Gude Südhessen wird präsentiert von odenwaldmobil.de, dem Mobilitätsportal für den Odenwaldkreis. Immer mobil, sieben Tage die Woche zu fast jeder Uhrzeit. Alles Wichtige auf odenwaldmobil.de Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 27. Juni. Wie sicher sind Datensysteme in Darmstadt-Dieburg? Neues zum Autounfall an der Krummstädter Grillhütte und G7-Gipfel im oberbayerischen Elmau. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach dem Hackerangriff auf eine Integra-Tochter mit weitreichenden Folgen stellt sich die Frage, wie es um die Sicherheit der IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg steht. Frei von zahlreichen unberechtigten Zugriffsversuchen ist diese nämlich nicht, wie Verwaltungsleiter Rainer Leis bestätigt. Leis sagt, das sind sicher nicht Einzelne am Tag, sondern viele. Ein Grund zur Sorge sei das aber nicht prinzipiell. Denn schon eine ungewollt falsch eingetippte Adresse im Webbrowser könne etwa von der Firewall als unberechtigter Zugriff registriert und damit blockiert werden. Doch wie häufig ist die Kreisverwaltung Ziel und Opfer von tatsächlichen Hackerangriffen? Leis sagt, wir können nur auf Basis der Zugriffsversuche, die wir feststellen, interpretieren, was damit beabsichtigt wurde. Inwiefern da erfolgreiche Zugriffsversuche unberechtigter Art dabei waren, bringt mich ins Reich der Spekulationen. Um den Verwaltungsbetrieb auch bei einem Ausfall wichtiger IT-Infrastruktur trotzdem am Laufen zu halten, gäbe es entsprechende Vorkehrungen. Sicherheit denke man auf allen Ebenen mit. Es sei eine Verpflichtung, dass Verwaltungen angemessen mit der Sicherheit der Daten ihrer Bürger umgehen, um so den erforderlichen Schutz zu gewährleisten. Schauen wir nach Riedstadt im Kreis Groß-Gerau. Schockierte Angehörige und sieben Verletzte, das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend bei einer Geburtstagsfeier in der Krummstädter Grillhütte. Eine 33-Jährige ist dort laut Polizeiangaben nach dem Besuch der Feier in ihren SUV gestiegen und dann mit Vollgas durch den überdachten Außenbereich der Grillhütte gerast. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer versehentlichen Fehlbedienung des Fahrzeugs aus. Der Wagen sei mit einem Automatikgetriebe ausgestattet. Ihr Ehemann saß dabei ebenfalls im Fahrzeug. Man habe die Fahrerin auf Alkohol und Drogen getestet, beides fiel negativ aus. Drei Personen sind bei dem Unfall nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden, darunter die Gastgeberin der Feier. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Es hätte schlimmer kommen können. Denn etwa 10 Minuten vor dem Unfall seien noch viel mehr Menschen im Außenbereich gewesen, sagt Helmut Schäfer, Vorsitzender des Fördervereins für Heimat und Geschichte. Weil es die eigentliche Hütte nicht getroffen habe, seien Feiern nach den Aufräumarbeiten bald wieder möglich. In Darmstadt will eine neue Gruppe namens Martin macht Platz die Straßen im Martinsviertel anders nutzen. Einen halben Tag lang keine Autos am belebten Friedrich-Ebert-Platz, dieses Erlebnis haben rund 150 Menschen aus dem Martinsviertel und aus angrenzenden Quartieren bei einem Aktionstag am Wochenende geteilt. Die Aktion war die erste von Feiern, die die neue Gruppe über den Sommer veranstalten will. Ihr Ziel, Nachbarn die Möglichkeit geben, den Raum für Autos einmal ganz anders zu nutzen. Dafür war die Straße am östlichen Platzrand ab vormittags bis zum Abend für den motorisierten Verkehr gesperrt, stattdessen gab es Musik, Spiele und Getränke. Auch parken sollte in diesem Abschnitt niemand, das klappte nicht ganz. Etliche Dauerparker waren offenbar nicht rechtzeitig auf die Veranstaltung hingewiesen worden. Wo also zukünftig hin mit all den Autos? Es gebe laut dem Bündnis eine Reihe von Stellplätzen rings ums Martinsviertel, die noch nicht ausgelastet seien. Daniel Müller von Martin macht Platz sagt, wir wollen keine Autofreien, aber verkehrsreduzierte Quartiere. Er selbst könne sich gut ein Viertel vorstellen, in dem es weniger Dauerparkplätze gebe, dafür aber genügend Haltezonen vor der Haustür, beispielsweise zum Ein- und Ausladen von Einkäufen. Ärger über freilaufende Hunde an der Grube Prinz von Hessen in Darmstadt. Besonders am Wochenende toben sie im Wasser und über die Wiese. Hunde raufen spielerisch miteinander, keiner hat eine Leine, an deren Ende Herrchen oder Frauchen stehen. Dabei ist dies an der Grube Prinz von Hessen verboten. Es gibt die Regel, Hunde an die Leine und nicht ins Wasser. Aber daran hält sich kein Mensch, ärgert sich eine Spaziergängerin aus Darmstadt. Erst am Sonntag war sie dort unterwegs und habe bis zu zehn Hunde ohne Leine beobachtet. Das sei zu viel. Sie habe sich daher an die Polizei gewandt. Die Antwort sei gewesen, wir kennen das Problem, aber können nichts machen. Taucht die Polizei vor Ort auf, seien schnell alle Hunde an der Leine. Dieser Darstellung widerspricht das Polizeipräsidium Südhessen. Aktuelle Vorfälle mit nicht angeleinten Hunden in Grünanlagen oder Seen sind derzeit nicht bekannt, teilt Sprecherin Kathy Rosenberger auf Anfrage mit. Allerdings gebe es keine anlasslose und proaktive Überwachung durch die Polizei. Beim Nichtanleinen von Hunden wird in Darmstadt laut Satzung ein Bußgeld zwischen 5 und 1000 Euro fällig. Blicken wir zum Schluss auf das Weltgeschehen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim G7-Gipfel im oberbayerischen Elmau eine weltweite Initiative für Infrastrukturinvestitionen der G7 angekündigt. Damit sollen Investitionen etwa für Klimaschutz im Energiesektor und im Gesundheitsbereich ermöglicht werden. Insgesamt soll die Initiative 600 Milliarden Dollar umfassen. Allein die USA werden 200 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln bereitstellen, das Team Europe will 300 Milliarden Euro geben. Diese Summe aus staatlichem und privatem Geld sei bis 2027 vorgesehen, sagt die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Mit den zusätzlichen Investitionen wollen die G7-Demokratien dem wachsenden Einfluss von China und Russland und anderen autokratischen Staaten in den Entwicklungsländern entgegentreten. Im Ukraine-Krieg hat Russland unterdessen mit Cheviro-Donetsk eine weitere Stadt im Osten einnehmen können. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier,